Ja, was machen wir? Ähm, Blockaktionen. Zum Block hinzufügen. 100% Wahrscheinlichkeit. Ja, dann. Ja, dann. Okay. Ähm, das kostet uns... Ah, da brauchen wir wieder diese gefallen. Das kostet uns einen, einen, äh, Wohlwollenpunkt. 150 Geld, 150 Aktionspunkte und, ähm, ja. Tschechien, Beziehungen zu uns sind groß. Effekte, Blockmitglied hinzugefügt Tschechien. Oh, wir haben nicht genug politische Zustimmung dafür. Die Mitte-Rechts- und die Mitte-Links-Parteien finden es nicht gut. Okay. Was können wir tun? Okay. Investieren Sie zwei Ihrer Wohlwollenspunkte, um die Erfolgschancen um 15 zu erhöhen. Okay, ich könnte also hier meine Wohlwollenspunkte erhöhen, um die politische Zustimmung zu erhöhen, aber das reicht anscheinend nicht. Ähm, ja, was wir tun können, wir können wieder Lobbying betreiben im Parlament. Nee, können wir nicht. Ähm, wir können auch noch 25 unsere Investitionspunkte mit reingeben. Das kann ich gar nicht anklicken. Ich weiß nicht, was Investitionspunkte sind. Okay. Tja, dann hätte ich ja jetzt mal gesagt, wir gucken mal, wie sieht es denn mit Deutschland aus? Block-Aktionen können wir... Deutschland? Deutschland-Beziehungen zu uns haben wir nur 104 und wir haben keinen Gefallen. Dann würde ich doch mal sagen, es wird jetzt... Wir werden etwas von der Leine gelassen, würde ich jetzt sagen, ne? Ähm, ich würde mal sagen, wir machen erstmal positive Aktionen, Wohlwollen erlangen, weil wir brauchen Wohlwollen-Punkte. Und das können wir uns leisten und da sind auch alle dafür. Oder? Sie können die Anforderungen nicht erfüllen. Wie? Aber hier steht doch, dass ich die Anforderungen erfüllen. Kann. Anforderungen? Beziehungen besser als 50? Kann ich aber nicht. Was ist das denn? Positive Aktionen? Wohlwollen? Kann ich nicht. Dann machen wir... Positive Aktionen? Beziehungen verbessern. Das kann ich. Plus 20. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Mhm. Okay, wir haben eine Erfolgschance. Wir haben keine Wohlwollen-Punkte und wir haben keine Investitionspunkte. Also... Bestätigen. So, und jetzt würde ich mich nochmal umgucken hier. So, Deutschland ist neutral. Was haben wir hier? Das hier ist die Ukraine. Und das hier ist Weißrussland. Wir könnten mit der Ukraine auch mal Beziehungen verbessern. Und mit Weißrussland. Oder mit der Slowakei. Die finden uns nicht so doll. Würde ich das doch mal mit der Slowakei probieren wollen. Ja. Positive Aktionen. Beziehungen verbessern. Da haben wir auch die Unterstützung des Parlaments. Das ist schön. Machen wir das auch. Ja, und dann... Ich glaube, wir können noch mehr machen. Also, wir können noch mit mehr Beziehungen verbessern. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht mit Litauen ist auch ein... Mit Russland könnten wir das machen. Ja, wir könnten ja einmal die Runde rumgehen. Ja, genau. Dann würde ich jetzt mal... Ja, Russland findet uns nicht so toll. Ähm... Ja, würde ich mit Litauen. Positive Aktionen. Beziehungen verbessern. Jawohl. Dann... Weißrussland. Positive Aktionen. Beziehungen verbessern. Ich bin gespannt. Und dann haben wir hier noch die Ukraine. Positive Aktionen. Beziehungen verbessern. Das wird wahrscheinlich nicht jedes Mal funktionieren. Aber das kostet halt tatsächlich kaum was. So, und dann haben wir hier unten... Achso, das gehört auch zur Ukraine. Und dann machen wir dasselbe nochmal mit Russland. Wir sind friedfertig. Jetzt erstmal. So. Jetzt haben wir mit allen Beziehungen verbessern angeschmissen. Und die laufen hier alle. Gerade. Durch. Bin ich mal gespannt, was dabei herauskommt. Ob wir überall auch... Diplomatische Aktionen. Beziehungen verbessern. Wurde erfolgreich in Deutschland umgesetzt. Wohlwollenspunkte einer. Oh, sehr schön. Diplomatische Beziehungen verbessern. Wurde erfolgreich in Russland umgesetzt. Beziehungen verbessern. Erfolgreich in der Slowakei umgesetzt. Wohlwollenspunkte einer. Das ist schön. Litauen umgesetzt. Wohlwollenspunkte einer. Und die im Weißrundland durchgeführten diplomatische Aktionen Beziehungen verbessern. Ist fehlgeschlagen, was weitere Konsequenzen nach sich zieht. Minus fünf. Unser Ansprache war wohl nicht so gut. Bitte? Unsere Ansprache war wohl nicht so gut gewählt. Ja. Und in der Ukraine ist dasselbe passiert. Auch minus fünf. Na gut. Das ist jetzt durchgelaufen. Machen wir wieder auf Pause. Aber unsere Beziehungen haben sich jetzt ein kleines bisschen verbessert. Also zu Deutschland haben wir jetzt 104. Blockaktionen zum Block hinzufügen. Jetzt könnten wir die zum Block hinzufügen. Aber die politische Zustimmung ist immer noch nicht ausreichend. Wir haben einen Wohlwollenspunkt. Deutschland können wir auch nicht hinzufügen zu unserem Block. Können wir bei Tschechien die Wohlwollenspunkte noch irgendwie erhöhen, damit die dann mit uns zusammen in einen Block gehen? Block. Ja, wir sind schon. Erfolgschance ist 100%. Wir müssten jetzt hier bei der politischen Zustimmung, müssten wir das im Parlament Dinge tun. Achso, wir müssen hier noch 15, 19 oder 20 Tage warten, bis wir wieder beeinflussen drücken können. Die radikal-zentralistische Partei wäre eh auf unserer Seite, die anderen nicht so. Aber hier sehen wir, welche Parteien nicht dafür sind. Ich weiß nicht, ob wir in irgendeiner Form noch eine andere Einflussmöglichkeit haben. Aber ja, wir müssen erstmal... Also mit Tschechien wäre das okay, aber zu Hause will unser Parlament nicht. Und wir müssen das über 50% bringen. Das heißt, eine Partei beeinflussen würde reichen wahrscheinlich. Okay, dann müssen wir warten, damit wir diesen Teil noch erfüllen können. Und wir müssen uns jetzt gleichzeitig überlegen, wie führen wir die Zeit in der Zwischenzeit. Genau. Da hätte ich jetzt gesagt, die Zustimmung hier mit Deutschland ist auch gestiegen. Und da haben wir auch so einen gefallen. Dann könnten wir hier ja eigentlich auch nochmal was anschmeißen. Also positive Aktionen, das können wir jetzt hier für 363 Tage nicht machen. Wir könnten Wohlwollen erlangen oder wir könnten, ich weiß nicht, was Investitionen sind. Investieren Sie in ein fremdes Land, um Ihre Einnahmen zu erhöhen und Ihre diplomatischen Beziehungen zu verbessern. Das kostet gar nicht viel. Und wir kriegen mehr... Also ich weiß nicht, was diese Investitionen genau bedeuten, aber... ...das scheint positiv zu sein. Ja komm, dann lass uns ausprobieren. Und vielleicht bekommen wir dann diese ominösen Investitionspunkte. Ah, du hast recht. Ja, dann machen wir das doch auch hier unten auch mal investieren. Ja. Ja. Machen wir es bei zwei. Und fahren so lange ab. Weil Geld und Aktionspunkte haben wir im Moment ausreichend. Wir könnten auch überlegen, was wir bei uns in den Provinzen noch so verbessern könnten, da wir jetzt eh warten müssen, bis hier irgendwas anderes passiert. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht brauchen wir irgendwie einen tollen Palast in unserer Hauptstadt oder so. Oder in Warschau können wir anscheinend nichts mehr bauen. Da haben wir Sachen gebaut, aber wir haben hier überall freie Bauplätze. Also überall, wo eine rote Fahne ist, können wir was bauen. Wir könnten mal hier in Katowice einfach auf einen Gebäudeplatz klicken und... Also, Sicherheit. Wir haben Krankenhäuser. Eine kleine Gesundheitsanrichtung, die sich um das Wohl unserer Bürger kümmert. Ähm. Internationaler Flughafen. Der unsere Bürger mit dem Rest der Welt verbindet. Dann eine Kaserne. Gefängnis. Ein Raketensilo. Befestigte Verteidigungsanlagen. Oder eine Werft. Das macht in Katowice nicht Sinn, weil wir nicht am Wasser sind. Gesellschaft ist viel. Wolkenkratzer. Prestigeträchtig und teure Geschäftsbezirke. Eine Universität. Die örtliche Universität für die Bildung der nationalen Arbeiterschaft. Ein Sportzentrum. Theater. Eine Führerstatue. Okay. Eine schwimmende Stadt. Auf dem Wasser schwimmendes Tragewerk und Gebäude. Unser Parlament. Das haben wir schon gebaut. Hauptquartier der Vereinten Nationen können wir auch bauen. Okay. Wirtschaft. Farmen. Landwirtschaftliche Rückgrat der Nahrungsmittelproduktion zur Stillung unseres Bedarfs. Touristenzone. Nutze diese Zone spezifisch dazu, um Touristenströme zu generieren. Markt. Gefüllt mit Läden aller Größenordnungen und ein Ort des geschäftigen Treibens. Börse. Börse. Ein Finanzinstitut, das abhängig von seiner Art den Handel mit Anleihen, Aktien und Gütern kontrolliert und reguliert. Eine Mülldeponie. Und ein Weltraumbahnhof. Und ein Weltraumbahnhof und Industrie. Hier haben wir, ui, hier haben wir jede Menge. Hier haben wir ein Sägewerk, Fabrik, Kohlekraftwerk, Windkraftwerk, Kernkraftwerk, Tagebaumine, Schachtmine, Ölquelle, Förderanlage für seltene Erden, Hochseewindpark oder eine Förderplattform. So, dann würde ich doch jetzt mal sagen, erstmal, hier oben haben wir etwas mit Negativ. Hm. Ich überlege gerade, was sinnvoll wäre, zuerst zu bauen. Ich würde sagen, hier oben haben wir die seltenen Erden, sind, äh, da würde ich eine Förderanlage für seltene Erden bauen, weil da sind wir im Negativen. Ah, wir brauchen ein Projekt, Förderung seltener Erden. Da kommen wir nicht hin. Es scheint relativ komplex zu sein. Wir können hier, äh, leider in den Förderungen der seltenen Erden nichts machen. Das heißt, das können wir schon mal nicht tun. Schade. Jetzt hätte ich gesagt, ich weiß, dass du immer für Bildung da bist, wollen wir in Posen eine Uni bauen. Nein, ich weiß noch nicht, ob wir schon so weit sind für eine Uni, die müssen wir ja uns auch leisten können. Weißt du, so mit, mit Wirtschaft. Deswegen hätte ich irgendwie geschaut, ob wir, ob es irgendwas im Industriebereich gibt, was wir hier bekommen können. Ähm. Sägewehr kann man nicht die erforderlichen Gelände. Da brauchen wir ein Projekt. Ja, also ein Sägewehr könnten wir bauen, aber... Ich sehe jetzt nicht... Das würde wahrscheinlich da, wo unsere, unsere Armee gerade steht, irgendwo da in der Nähe. War doch so viel Wald. Können wir mal gerade... Oh, nein, das wollt ihr nicht. Ähm... Gelände, Gebirge... Felder, Gebirge, Wald. Ah, hier könnten wir ein Sägewerk bauen. Also, hier könnten wir tatsächlich ein Sägewerk bauen. Ja, komm, dann lass uns loslegen. Und Edelhack meint, wir sollen nicht das Ganze, äh, die gesamten Punkte und Geld verballern, äh... Nee, können wir nicht. Ich glaube, wir sind geblockt im Tutorial. Ich kann hier nicht auf Bauen klicken. Okay, aber wir wissen theoretisch, wie es funktioniert und, äh, dass wir auch Hinweise bekommen, wo das gut passt. Ja, genau, das können wir hier mit diesem, äh, dass wir genaue Sachen über die Provinzen bekommen können. Ja, dann machen wir jetzt einfach mal, äh, weiter. Und das sieht doch hier schon bei den Nachbarn wirklich freundlich aus. Deutschland und Tschechien sind unsere Freunde. Ach so, Investitionen, äh, diese Investitionsgeschichten laufen. Äh, und mittlerweile sollten wir jetzt vielleicht, also das läuft halt so weiter. Und jetzt denke ich mal, wir könnten Blockaktionen machen, zum Block hinzufügen. Die Sachen sind da, politische Zustimmung nur noch nicht. Da müsste ich jetzt einfach nur auf Parlament und könnte beeinflussen. Das geht endlich wieder. Ja. Wollen wir Mitte rechts beeinflussen oder Mitte links? Mitte... Ich würde ja Mitte links beeinflussen, weil wir haben mehr Aktionspunkte, als wir Geld haben. Und das ist billiger. Das kann ich nachvollziehen, okay. So, und schon sind wir über 50%. Hier wird gesagt, wir haben die beeinflusst. Und 68%, politische Zustimmung. Und jetzt können wir es bestätigen. Hey. Jetzt wird, werden wir hier zum Block hinzufügen. Dauert 30 Tage. Okay. Und da ist einiges reingekommen, wie ich sehe. Ähm, ich fülle mal meine Tasse nach. Ähm, bevor ich jetzt das nächste lese. Also erstmal, Wassermarsch von der DO1JLR. Prost. Prost von Bilana. Und ansonsten habe ich noch zweimal, André streckt sich, da komme ich auch zu. Ähm, diplomatische Aktion Investitionen wurde erfolgreich in Tschechien umgesetzt. Wir haben einen Wohlwollenspunkt erhalten und anscheinend nicht Investitionspunkt. Aber ich denke mal, wenn wir jetzt angefangen haben zu investieren, bekommen wir die mit der Zeit. Und Investitionen wurden in Deutschland umgesetzt. Da haben wir auch einen Wohlwollenspunkt bekommen. Schön. Und jetzt wird hier weitergemacht zum Block hinzufügen. Äh, ja. Noch zehn Tage und dann haben wir einen Block gebildet mit Tschechien und dann würde ich sagen, als nächstes ziehen wir da Deutschland mit rein. Er ist schon verrückt, wie sich das zieht, das Spiel. Ja. Also warten, dass wieder eine neue Aktion ausgeführt werden kann. Genau. Ich muss mir gerade die Nase putzen. Okay. Okay. Bist du gerade gemutet? Ja, ich bin ein Trottel. Ich bin gemutet. Dankeschön. Ich habe den Ton ausgemacht, weil ich mir die Nase geputzt habe. Schön, dass ihr alle sagt. Ja, du bist muted. Ja, was ich gerade sagen wollte ist, ich kann jetzt langsam sehen, wie das funktioniert, wenn wir außerhalb des Tutorials Sachen anfangen. Dass wir uns drum kümmern, was wir wo bauen können, dass wir unsere Ressourcen managen, dass wir, wir werden wahrscheinlich mit den Nachbarn versuchen, gute Beziehungen aufzubauen. Das wird vielleicht nicht mit allen Nachbarn klappen und ein paar Nachbarn sind vielleicht eh scheiße. Und dann schaut man, wie es sich entwickelt, weil wir haben ja nicht ein Herangehen, weil man irgendwie feste Runden hat, sondern weil die Zeit vergeht. Man hat schon gesehen, alles dauert irgendwie seine Zeit und dann werden wir wahrscheinlich auch auf bestimmte Projekte sparen müssen, bis wir da oben genug Ressourcen angesammelt haben. Also, ich fühle mich jetzt schon bereiter, das Spiel so richtig einzusteigen. So, wir sind in den Block eingestiegen. Wir haben Tschechien in unseren Block geholt. Wie schön. So, das haben wir abgeschossen. Horst, sie fragt auch gerade, ob wir heute wieder bis um ein Uhr spielen wollen oder spielen werden. Ich nicht. Also bis eins schaffe ich heute nicht. Ja, okay. Aber weiter sind wir noch nicht in der Überlegung. Nee, wir haben auch gar nicht drüber gesprochen, wie das heute mit der Energie und mit dem länger Spielen aussieht. Aber ja, wir gucken mal. Wir lassen die Sache auf uns zukommen. Also, Auftrag abgeschlossen. Da bekommen wir Punkte für. Kernprovinzen. Okay, das ist wieder unser Verteidigungsminister, ne? Blöcke, wozu soll das gut sein? Wir können sie alle haben. Welche Schale, weiche Schale, harter Kern. So sind wir. Wo wir gerade davon reden. Wissen Sie, was eine Kernprovinz ist? Eine Kernprovinz ist ein Stück Land, das rechtmäßig uns gehört, sich aber aktuell unter der vorübergehenden Herrschaft des Feindes befindet. Also, sein Land ist. Sie können wegen Kernprovinzen Kriege beginnen und sie anschließend in Friedensverhandlungen einfordern. Unglücklicherweise haben wir gerade keine Ansprüche auf Kernprovinzen. Aber zufälligerweise kenne ich da einen Typen, der einen Typen kennt und so weiter. Erzählen Sie mir mehr. Okay. Ah, jetzt. 008. Psst. Sagen Sie nichts. Meine Leute müssen ihr Büro auf Wanzen überprüfen. Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Alles klar. Scheint alles sauber zu sein. Mein Name ist Bront. James Bront. Ich bin die Leiterin des Büros für innere Sicherheit. Wir kehren alles unter den Tisch, was Sie der Öffentlichkeit vorenthalten möchten. Unser gemeinsamer Freund hat mir verraten, dass Sie daran interessiert wären, neue Orte für eine potenzielle Expansion unseres geliebten Vaterlandes aufzutreiben. Das können wir schaffen. Sie können neue Spione, äh, ich meine Sicherheitsmitarbeiter im Hauptquartiermenü einstellen. Sobald Sie einen beschäftigen, müssen Sie ihn nur noch in eine Provinz entsenden, die Sie als Kernprovinz beanspruchen möchten. Also hier und da, äh, Spione einstellen. Let's do this. Also stellen wir mal einen Spion ein. Das kostet 5000 und 3000. Okay, diese Sachen sind relativ teuer. Liliana Nidbalzki haben wir eingestellt. Eine Spionin. Okay. Äh, und dann... Wo soll ich den einsetzen? Next. In einer der Provinzen der Slowakei. Oh ja. Tatsächlich. Hier. In dieser Provinz. Ah. Ne, einstellen hab ich. So, und jetzt geh ich in diese Provinz. Und hier krieg ich neue Informationen. Wie mach ich das denn? Äh, ah. Wahrscheinlich. Aggressive Aktion. Nö. Ähm, bei dem Militär war es ja so, dass du dir angeklickt hast und irgendwie durch die Gegend schieben konntest, ne? Wie ist denn das jetzt hier? Ja, in Performed Fabrication of Claims. Ähm. So. Beleidigen. Land befreien. Embargo beschließen. Ne. Positive Aktionen. Ne. Spion auswählen steht da. Next place I'll spy in the Catullus Provinz. So, ich hab den. Okay, Militärstab. So. Ich habe sie ausgewählt. Sie ist in Warschau. Okay. Äh, ja. Du hast recht. Es ist wie mit den Einheiten. Die sind sehr klein. Also. Einmal hier hin. Ja. Auftrag abgeschlossen. Den Spion anheuern. Okay. Und jetzt ist der Spion unterwegs in die Provinz. Sobald sich ein Agent in einer Provinz befindet, beginnt er Spionage... Spion gegen Spionagepunkte anzuhelfen. Falls er sich innerhalb unserer Grenzen befindet, befindet er sich im Ausland, sammelt er stattdessen Spion-Spionagepunkte. Die Punkte können Sie im, äh, Fortschrittsbalken sehen, der sich auf der Karte unter dem Agenten befindet. Diese Punkte dienen dazu, eine Operation zu starten. Entsenden Sie einen Agenten in eine Provinz, die Sie beanspruchen wollen. Warten Sie, bis er genügend Punkte generiert hat und starten Sie anschließend die Aktion Ansprüche inszenieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Provinz klicken. Dies startet die, äh, dies startet die Operation. Sobald sie erledigt ist, verfügen Sie über eine neue Kernprovinz, mit der Sie einen Krieg vom Zaun brechen können. Na toll. Wir werden alles tun, um einen guten Ruf unserer Nation zu schützen. Doch manchmal machen selbst wir Fehler. Von Zeit zu Zeit kann eine Operation auch mal in die Binsen gehen. Wenn das passiert, nun, sagen wir einfach, wir hätten uns noch nie zuvor gesehen. Nun gut. Okay. So, unsere Spionin ist unterwegs. So, und da spioniert sie rum. Und hier wächst ein Balken. Achso, hier wächst er auch. Spionagepunkte generiert, generieren 20. Ja, da unten. Spionage gegen Spionage. Vernunft von Leidenschaft. Man sagte mir, dass sie mit der Leiterin des Büros für innere Sicherheit gesprochen hätten. Ich hoffe, das hat nichts mit den Dingen zu tun, die Ihnen dieser verwirrte General in den Kopf gesetzt hat, oder? Bitte, tun Sie nichts, was wir bereuen können. Es bringt sehr viel mehr, neue Freunde zu finden, als sich mit anderen anzufeinden. Wie wäre es mit Nein? Das Tutorial geht in eine gewisse Richtung. Aber ja, wir müssen ja auch quasi, wie Militäraktionen aufgestellt sind, quasi auch lernen bei dieser ganzen Sache. Ja, und wir haben unterschiedliche Berater mit unterschiedlichen Interessen. Und momentan passiert das alles noch parallel und wir müssen uns nicht großartig damit beschäftigen. Aber irgendwann, wenn sich die Frage beispielsweise nach Krieg und Frieden stellt, müssen wir dann schon gucken, wie man das beeinflussen kann. Ja. Und ich nehme auch nochmal den Schlückchen Wasser von Belana. Und ich habe noch mehrfach, André streckt sich. Das werde ich jetzt auch mal tun, während unsere Spionin hoffentlich Sachen anhäuft. Und dann klicken wir gleich mal drauf. Die Zeit läuft ja weiter. Einmal die Schultern bewegen. Sehr gut für den Rücken, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, mittlerweile sind wir schon, ohne dass wir es gemerkt haben, in den Dezember geraten. So, dann würde ich doch mal gucken, ob wir irgendwas machen können. Spionage-Aktionen. Politische Spionage. Ansprüche inszenieren. So, wir haben... Wir brauchen 25. Wir haben schon 38 Spionage-Punkte... äh... ähm... generiert. Okay, und wir haben 100% Erfolgswahrscheinlichkeit. Also... bestätigen wir das mal. Na toll. Also, so können wir Ansprüche generieren. Schon interessant. Also, es ist eine interessante Mechanik, dass man halt nicht einfach nur sagt, ich will das, sondern, äh... dass man auch was dafür tun kann. Bildet auch so ein bisschen einen politischen Prozess wieder. Würde ich sagen, oder? Na ja, gut, wenn man politische Prozesse im Sinne von, äh... Ja, okay. ...Machtinteresse und Konflikt denkt, dann durchaus. Aber es ist halt vielfältiger. Also, ich meine, auf die Idee zu kommen, in einem anderen Staat unsere Spione einzusetzen, ist das eine, um rauszufinden, was passiert denn da. Aber in der Grundmechanik schon davon auszugehen, dass wir Ansprüche auf benachbarte Provinzen erheben, die dann auch irgendwie zu uns kommen, auf welche Art und Weise auch immer. Und der eine Berater uns schon darauf vorbereitet, genug Militär da zu haben, um diese Ansprüche durchzusetzen. Und die andere, die dann sagt, mach mal nicht. Also, das ist, äh... Ja. Der erhobene Zeigefinger von ihr kommt an der Stelle durchaus zum Tragen. Tja. Spionageaktion, Ansprüche inszenieren, wurde erfolgreich in Provinz, äh, Kosice umgesetzt. Okay. Unser Auftrag ist abgeschlossen. Wir kriegen wieder Punkte, die uns, äh, die da oben die Gewinnkonditionen machen, bestätigen. So. Okay, jetzt schon wieder auf Englisch. Äh... Okay, wir haben eine Armee. Es ist Zeit, sie einzusetzen. Lass uns, äh, Krieg erklären und unsere Nachbarn... Äh, äh, ähm, überfallen und wir annektieren ihr Territorium. Damit können wir der Welt zeigen, dass wir, äh, eine Macht sind, mit, äh, mit der man rechnen muss. Äh, äh, damit wir, äh, äh, damit wir Krieg erklären können, als ein autoritärer Staat, äh, brauchen wir, äh, brauchen wir, äh, äh, brauchen wir lediglich, äh, schlechte Beziehungen mit unserem Ziel. Äh, äh, wir können immer, äh, 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 ä Erklärung, unsere, äh, unser Level an, äh, Kriegstreiber nach oben treibt und die, äh, Beziehung mit der ganzen Welt, äh, schadet, Kriegstreiber, ähm, Kriegstreiber wird mit der Zeit auch abgebaut. Okay, let's do this. So, meine Frage wäre jetzt, ich glaube, wir sind an dieser Stelle, ich meine, ich weiß noch, also es kommen halt noch mehr Mechaniken, ich mach jetzt mal auf Pause, ähm, wollen wir einsteigen und versuchen mal unser eigenes Spiel aufzubauen, weil ich denke, wir haben jetzt einiges gelernt und ich denke, wir werden auch am Anfang erstmal uns umgucken, bauen und, ähm, Frieden mit allen machen und, ähm, ich denke, dass wir dann zu anderen Handlungsoptionen, die auch noch wichtig sind, wahrscheinlich auch eh erst in der nächsten Dienstagspolitik kommen, aber ich hab jetzt eigentlich keine Lust mehr, dieses geskriptete Ding zu machen. Wie siehst du das, Romy? Ja, das find ich auch gut. Ich hab grad schon gemerkt, dass wir relativ schnell anfangen, uns auch so ein bisschen zu verspielen und noch andere Sachen machen wollen. Ja. Wodurch sich das Tutorial dann irgendwie hinzieht. Und, ähm, insofern bin ich schwer dafür. Okay, dann, äh, würd ich doch mal sagen, also, ich hab, ich hab ne Idee, die Idee, wen ich, ähm, äh, äh, wen ich gerne spielen wollen würde, welches Land, ähm, welche, äh, hättest du auch irgendwie so ne, äh, ne Idee, die dir direkt mal ins, äh, ähm, in den Kopf kommt. Also, äh, zurück zum Menü. Bestätigen. Okay. Man. Man.